Den Betroffenen glaubten 17,6% an diese vermeintliche Ursache. Rund 5,3 Millionen Menschen erkranken jährlich in Deutschland an einer behandlungsbedürftigen Depression. Das Robert-Koch-Institut RKI nennt Depressionen als eine der häufigsten psychischen Leiden in Deutschland. Auch wenn die Rate der Frühverrentung aufgrund psychischer Erkrankungen zwischen 1983 und 2016 von 8,6% auf 42,9% gestiegen ist, gehen die Experten nicht von einer Zunahme von Depressionen aus. Sie werden lediglich häufiger diagnostiziert. Wie wichtig die richtige Diagnose und eine Behandlung ist, zeigt auch der Blick auf die Suizidstatistik. Jeden Tag nehmen sich im Durchschnitt 28 Menschen das Leben. Die Stiftung geht davon aus, dass die meisten dieser Fälle auf eine unbehandelte Depression zurückzuführen sind. Aber es hat sich schon viel getan. Seit 1981 ist die Zahl der Suizide in Deutschland von knapp 19.000 auf 10.000 im Jahr 2015 zurückgegangen. Dass Depressionen eine Volkskrankheit sind, daran ändert das nichts. Doppelt so viele Frauen wie Männer erkranken daran. Nicht nur die Betroffenen leiden, auch die Angehörigen, Freunde, Kollegen. Yvonne Mädchen hatte sich eine Zeit lang gar nicht getraut, ihrer Familie davon zu erzählen, dass es ihr nach der ersten ambulanten Behandlung noch immer nicht gut ging. Das gehört zum Krankheitsbild, sich zu schämen, ein schlechtes Gewissen zu haben. Lesen Sie auch, dass die junge Frau es nach der stationären Behandlung geschafft hat, dauerhaft das Leben wieder positiv zu sehen, hat ihrer Ansicht nach auch ganz entscheidend mit dem Online-Programm zu tun, mit dem sie nach der Entlassung aus dem Krankenhaus die Therapie ergänzt hat. e-fight-depression.com der heißt das Programm, das die Stiftung Deutsche Depressionshilfe erarbeitet hat und Patienten wie Therapeuten kostenfrei zur Verfügung stellt. Yvonne Mädchen hat es geholfen, ihrem Tag Struktur zu verleihen, ihre Gedanken ins Positive zu lenken, wieder dauerhaft Lust am Leben zu bekommen. Mittlerweile hat sie auch wieder Spaß am Backen. Urheberrecht Welten 24 GmbH Alle Rechte vorbehalten Soziale Medien gaukeln nähe nur vor und nie kommt man so richtig zur Ruhe Immer mehr Menschen haben das Gefühl, einer gleichgültigen Welt gegenüber zu stehen, sagt der Soziologe Hartmut Rosa. Wälder, Wiesen, Gärten, Felder draußen sein ist gut für Leib und Seele. Forscher wissen man muss nicht einmal joggen gehen. Und sie haben nachgewiesen, dass die Natur sogar als Therapie gut wirkt. Von wegen Stress und Druck der älgste Feind des Arbeitnehmers ist nicht die Überforderung, sondern ihr Gegenteil Langeweile. Mehr als die Hälfte der Deutschen scheint im Job chronisch unterfordert, was ernste Folgen haben kann. Ein 24-Jähriger tötet in Brandenburg seine Großmutter und zwei Polizisten. Seine Mutter hat die Behörden jahrelang vor ihm gewarnt, vergeblich. Hätten die Taten verhindert werden können, ich nehme Dinge wahr, die andere nicht sehen, hören oder riechen. Ich leide seit 15 Jahren an paranoider Schizophrenie. Oft hat mich das glücklich gemacht, aber es kann auch unerträglich werden. Der Dreifachmord von Brandenburg wirft die Frage auf, warum psychisch Kranke in Deutschland frei herumlaufen, obwohl sie vorher schon aufgefallen waren. Eine Psychiaterin prangert eine Gesetzeslücke an. Untertitelung des ZDF für funk, 2017